ich habe gerade relativ ungewollt zeit nachzudenken was ich wo ich mein kanal hin entwickeln möchte und ich möchte es gemeinsam mit dir zusammen machen deswegen schön dass du auch wieder eingeschaltet hast schön dass du mein video schaust und vorab du darfst mitbestimmen wohin sich der kanal entwickelt wie das ganze abläuft erfährst du jetzt die nächsten zwei minuten hoffentlich aber deswegen bleibt dran und wenn dich das nicht interessiert wo der kanal hingeht weil du mich nicht kennst oder weil du mich nicht mal kennenlernen willst oder weil du noch nie ein video von mir gesehen hast schau dir die videos an oder ja also schön dass du da bist vorab schreib unten in die kommentare was du dir wünschst wie der kanal sich hier weiterentwickelt ich bin froh an dem punkt zu sein wo ich sagen kann der kanal wächst und er wächst konstant weiter und ich habe eine schöne community aufgebaut die auch gerne fragen stellt weil ich die fragen beantwortet da bin ich stolz drauf und das wollen wir auf jeden fall weitermachen die frage ist in welche richtung ich mit ihr da gehe willst du vielleicht eher mehr studio ausstattung haben willst du mehr meinen prozess mit verfolgen wie ich filme risch immer besser werde und wie ich immer immer mehr wertvolleren content produzieren kann dann schreibt es unten in die kommentare bist du lieber jemand der smarte gadget smart haum automation und was weiß ich also alles smarte und technik haben will so wie das mitunter auch die letzten monate bei mir gelaufen ist dann kommentiert es auch aber ich glaube ich bin es euch schuldig dass wir das gemeinsam machen weil ich glaube wir kriegen das gemeinsam viel besser hin und wachsen dann noch weiter und ihr könnt ruhigen gewissens irgendwie und wir können das besser gemeinsam machen und wenn du dabei sein willst dann finde ich das super gut weil ich glaube gemeinsam rocken wir das gemeinsam schaffen wir den kanal keine ahnung ich habe da kein großes ziel ich finde es nur wahnsinnig gut wie wieder wie so ein schwarm fast schon sondern so eine immer wachsende community eben immer potenzial potenzial wie sagt man wie sagt wie heißt wenn wenn was exponentiell ich finde das super wie dieser kanal exponentiell wächst ich will mir aber trotzdem treu bleiben ich will ehrlich und transparent sein aber ich will auch mein content sofern das in meinen kosmos reinpasst mein content an das anpasst was du sehen willst deswegen es kommt auf dich an kommentier unter dem video was du sehen willst wie du den kanal in 12345 jahren siehst und da machen wir das gemeinsam da gehen wir mal gemeinsam die möglichkeiten durch und schauen was dir und deinen freunden dann bekannten einer familie dann social friends gefällt gemeinsam das finde ich das spannendste eigentlich wir machen das wir bauen diesen kanal auf hast du bock dann schreib es mir tschüss